Die erste Z-Horde ist im Anmarsch. Macht euch bereit, Tulemont. Und das ist nur die Vorspeise. Los, geh rein! Bitte, mein Herr, kann ich noch einen umbringen? Es brennt! Beatles-Sang. Von mir aus gerne. Und der Faszinator gewinnt Runde 1. Er schießt, er trifft! Zeit für etwas Arbeit! Ich bin ein, oder? Ich bin ein, oder? Happiness is... Du glaubst, du bekommst! Was? Einfach alle abschießen! Hurra! Und sie fallen! Hier sind sie! Partytank! Fosti hat einen Wutanfall! Du glaubst, du bist hart! Was? Wer ledigt die letzten Sets? Dann kann ich die Händlerkapsel für euch öffnen! Und der Foszinator gewinnt Runde 1! Bitte, mein Herr, kann ich noch einen umbringen? Kommt zu mir! Die Kapsel ist sicher und offen! Gut gemacht! Liegt es an mir oder ist es schwierig etwas zu... Die Pause ist vorbei! Zurück an die Arbeit! Mehr Sets kommen! Noch nicht tot? Ich erledige das! Er hat mich gestorben! Zeit für Ohrstöpsel! Sirene! Bosti hat einen Wutanfall! Geh rein, du Bastard! Geh rein! Das hat dir nicht gefallen, oder? Die Ausdruck! Irgendetwas Verhülltes schnüffelt hier rum! Noch nicht tot? Ich erledige das! Es geht doch nichts über ein paar Elektro... Zeit für etwas Arbeit! Wir haben eine Sirene! Das hat dir nicht gefallen, oder? Bitte, mein Herr, kann ich noch einen umbringen? Verpiss dich! Und das ist nur... Fossey hat deine Aufmerksamkeit erhalten, nicht wahr? Happiness ist, wie die Beatles sagen. Verdammt, meine Ohren! Wo das herkam, gibt es noch viel mehr! Die Kuh hat sich gerade verhüllt! Einfach alle abschießen! Dann los! Der Se... Fossey hat einen Wutanfall! Und jetzt verpiss dich! Happiness ist, wie die Beatles sagen. Du glaubst, du bist hart, was? Von mir aus gerne. Das war der letzte. Geht zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. Perfektes Wetter, wenn man Jack the Ripper ist. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Fossey hat deine Aufmerksamkeit erhalten, nicht wahr? Hier ist wahrscheinlich ein verhüllter Sert. Einfach alle abschießen! Noch nicht tot? Ich erledige das! Irgendetwas verhüllt es, Schnüpp! Ihr habt ihnen schön zugesetzt. Aber es sind noch einige übrig. Er schießt, er trifft! Du kennst mich, nicht wahr? Und sie fallen! Zeit für Ohrschlöpfe, Sirene! Bitte, mein Herr, kann ich noch einen umbringen? Und der Fossey-Nator gewinnt Runde 1! Einfach alle abschießen! Verdammt, Fossey, los! Noch nicht tot? Ich erledige das! Und sie fallen! Ich kann nichts hören! Geh rein, du Bastard, geh rein! Und der Fossey-Nator gewinnt Runde 1! Hier sind sie! Ah! Ah! Oh, wie schön! Du kennst mich, nicht wahr? Happiness ist, wie die Beatles sagen. Die Crew! Achtung, Strike! Einfach alle abschießen! Ich bin blind! Ich bin blind! Noch nicht tot? Mach es weg! Von mir aus gerne. Zu einfach. Du kennst mich, nicht wahr? Verdammt, Fossey, los! Dann los! Du kennst mich, nicht wahr? Diese Probe sind uns gerade crazy! Achtung! 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 Und jetzt verpiss ich! Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und rüstet euch aus. Du bist ein richtiger Überlebenskünstler. Seben. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Mesami. Wir haben eine Sirene! Frosty hat eine Aufmerksamkeit erhalten, nicht wahr? Frosty hat eine Aufmerksamkeit erhalten, nicht wahr? Sieht so aus, als hätten wir eine Hauptader getroffen. Haha! Wir haben einen Flashpawn! Das hat dir nicht gefallen, oder? Er schießt, er trifft! Kein schlechter Anfang. Das aber muss aufmerksam sein. Und da war... Von mir aus gerne. Du kennst mich, nicht wahr? Okay, hier ist es... Das ist meine Hohle! Achtung, Sirene! Dann los! Und sie... Achtung, Strike! Zeit für etwas Arbeit! Ich werde euch krass, alle zu Tode sein! Einfach alle abschießen! Ah! Drake! Noch nicht tot? Ich erledige das. Verpiss dich! Wo das herkam, gibt es noch viel mehr. Oh, wie schön. Das hat dir nicht gefallen, oder? Hier sind sie. Mach dich an! Meine Augen! Dann los! Happiness is wie die Beatles sagen. Dies aussehen, das Greg, Leute. Wer schießt, der trifft! Du glaubst, du bist hart! Was? Wir haben eine Sirene! Von mir aus gerne. Das ist wahrscheinlich ein verhüllter Sert. Ich werde euch Wasser, das zur Tode beiziehen! Geh rein, du B... Es ist hier! Tschüss, Liebes! Oh, wie schön. Du kennst mich, nicht wahr? Achtung, Sirene! Bossy hat seine Aufmerksamkeit erhalten, nicht wahr? Achtung, Strike! Und der Foscinato gewinnt Runde 1! Ich bin froh, dass es nicht mein Blut ist! Verdammt, mach schon! Wie ist aussehen, das Greg, Leute! Bossy hat seine Aufmerksamkeit erhalten, nicht wahr? Gib dein Geld klug aus. Es steht ein großer Kampf bevor. Diesen Flashpound hast du ja richtig auseinandergenommen. Beeindruckend. Warum bist du so darauf versessen, mitten in einen Familienstreit zu geraten? Feigheit ist keine Strategie. Wärst du gern Teil eines Strohs? Sieht aus, als wäre er hinterlistig! Du kannst dich nicht verstecken. Meine Sensoren werden dich finden. Komm heraus! Komm heraus! Wo auch immer du bist! Ein Blitz ist ein ziemlich gewöhnliches Phänomen. Liegt es an mir, oder ist es schwierig, etwas zu retten? Meine Berechnungen zufolge habe ich dich extrem überbrenzt. Sieht aus, als wäre er hinterlistig! Oh, wie schön! Elektrizität hat großes Potenzial zu ernsthaften Verbrennungen... Auf geht's! Sie selbst besuchen uns! ...zu Führung. Der menschliche Körper ist ein hervorragender Leiter. Vielleicht bin ich einfach zu fortgeschritten für dich. Bossy hat deine Aufmerksamkeit erhalten, nicht wahr? Meine Sensoren werden dich finden. Wie guckst du weiterhin so nerven? Du solltest schon so ziemlich tot sein, nicht? Und das ist nur die Vorspeite! Ich habe mir auf so viele Arten geflogen gesetzt. So, geh rein! Und jetzt verpiss dich! Der Schiff braucht dich noch gar nicht zu freuen! Wie du sehen kannst, alles... Geben wir dir etwas Starthilfe! Du schriffst dich, nicht wahr? Es sind noch mehr Ida-Fake-Studien nötig. Ich bin angeschossen! Ich bin angeschossen! Hatte ich schon erwähnt, dass ich jetzt einen... ...entfahren bin. Und hier! Du wirst gerastet, Kumpel! Buh! Nicht! Gah! Du kannst darum bedarf weiterer Entwicklungen! Und jetzt verpiss dich! Sieh genau hin! Du bist voll dumm, halt nicht mehr zu! Oh, wie schön! Ich habe etwas Würde! Und das ist nur die Vorspeite! Ich kann dich nicht sehen! Aber ich sehe dich! Kommt, meine Ida! Greif an! Ich mache, du kannst dich nicht! Ich habe ein ganzes Ladehaus voll von denen, weißt du? Die Schüttel-Ich habe mich verkürzen und ziemlich verändert! Nicht! Wettene Analyse ist nötig! Und jetzt verpiss dich! Verpiss dich! Herzchen, dir ist doch besser! Vielen Dank.